Oh, 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 Schock des Lebens. Oh, Gottes Willen. Schock des Lebens. Ingeborg, Alter, ich pack's nicht. Ne, Mann, ich hab hier mit, äh, provisorischen doppelseitigem Klebeband Posters angeklebt und das kam mir grad entgegen, das Posters. Sehr schön. Oh, oh. Ach, mitsch, in der Zeit, wo der weg war, haben wir schon wieder eingetötet. Der lief einfach so rum, hat sich nichts Böses gedacht, die ist Alu-Kart. Alu-Kart. Das war Rat, äh, das, äh, oh, der musste raus, sorry. Schock, dann, so war ich schon von mir. Schmeckt nach Fleischsalat. Haben die das eigentlich im Osten, äh, im Westen Fleischsalat? Weiß es nicht, fragst du doch. Hoffentlich. Meine gute Leute sind zu mir, schon gut, dass du Pisser, mein Freund bist du kleiner Ossi. Der Osten ist hier. Kack, Westjunge, ey. Sollen sie ihre dreckigen Bananen fressen? Boah. Sollen sie dran ersticken? Ja, echt, weil da, kannst du Bananereien da. Können sie ihre Frauen mal mit befriedigen? Ja, die für das könnte es. Ich kann nicht mehr. Ja, wir haben was gegen Westleute. Ostfront, Ostfront. Nimm mit Schenke, ich auch? Ja, weiss nicht. Nein, hab ich nicht vor. Ja, weil der Osten blieb damals standhafter als der Westen. Im Zweiten Weltkrieg. Für diese Aussage hast du jetzt gefragt, ja? Ja. Okay. Ich mein, ja, also ich wär damals schon beim Mauerfall dabei gewesen, so mit nem Topf Suljanka, ja? Meine Eltern waren dabei. Der hat so ans Gesicht geschüttet. Fisst euch nach drüben. Meine Eltern waren dabei. Meine Oma ist rübergefahren. Hat sich erst mal Bananen gekauft. Ah, man fiel die Mauer. Hat sich erst mal Bananen gekauft. Ja, das kannte ich ja damals hier nicht. Scheiße. Hat sich erst mal Bananen gekauft. Ich komm nicht mehr klar, Alter. Ich komm einfach nicht mehr klar. Das ist doch nicht, dass die Dorfleute einfach gestreckt sind. Die hatten da ja nicht so große Bedürfnisse. Die ist rübergefallen, hat sich erst mal Bananen gekauft. Ja, die Betonung macht's, ne? Ja. Das ist ein Garei, genau. Ne, wie scheiße aus. Garei ist geil. Hab ich hier als Banga. Welchen? Als Banga? Er ist nur K-3. Er steht da nicht. Ja. Das lese ich nicht. Ich will hier lesen. Ach, der ist so englisch. Na, den würde ich auch nicht sehen. Uh, Golden Boy sieht interessant aus. Nein. Hm, Adventure, Comedy, Drama. Adventure, Arthur, Roman. Hier steht sogar Lektion 0 bis 5, Lektion 0 bis... Manga Last Story. Hör mir auf, liest die Freundin von Julian, ne? Ach, Anna. Nee. Wie oft hab ich die gesagt? Ach, stimmt aber. Ja, ich hab's schon wieder vergessen, Mann. Verdrängung und so. Jetzt hau mit der alten Fotze ab. Ey, Anna ist eigentlich ganz cool, nur... Ach, naja. Anna ist... Die hat sich von mir getrennt, weil sie mein Lebensstil nicht unterstützt, dass ich zu Hause sitze und faulenze. Ach, mein Gott, wenn's danach geht, soll sie machen. Das wäre mir auch egal. Schau mal alles nach. Ja. Ich weiß, wir haben so viele Probleme, ne? Stell dir vor, ne, ich saß nicht auf Toilette, wollte kacken, ne? Mit einer pissen Blut. Ich dachte mir so scheiße, es ist schon wieder Zeit für die Damenvorsorge-Untersuchung. Darmspiegelung, Alter. Schon wieder einen Monat her, hab ich mir gedacht. Darmspiegelung, ne? Hatte letztens mein Vater. Aua. Tätouier ich mir so. Saltarschgeweih, alles muss raus. Und dann so zur Darmspiegelung. Scheiße. 50% auf alles, auf Satirnahrung. Gut. Gut. Wir sind schon wieder an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr schlimmer werden kann. Doch, es geht immer schlimmer. Irgendwer sagt dann irgendwas, was es noch schlimmer macht, als es schon ist. Gut. Weißt du was, ich kaufe mir einen Reroll, fahre zu meinem Haus hin, gehe rein und schlag den Wichser zusammen, der Reroll spielt. Gut. Ich kann kein Holz wachen. Du brauchst eine Axt. Die hab ich, die hab ich, die Axt. Hast du einen Cowboyhut auf, hast du ein Zelt zu stehen, wo noch jemand mit Cowboyhut drin liegt? Nö, ich hab ne Armehjacke, so ein, so ein Mundbinde, ne Sonnenbrille. Ne Mundbinde, die kannst du im Zelt gut gebrauchen. Armehkäppich. Leer geschossen. Ja, was brauchst du da drin? Ich hier. Drehen wir einen Film, Brokeback Soji oder was? Aua. Die Erklimmung des süßen Apfelpuppen. Was? Wird ein zweiter Einer. Das eine damit, dass Soji nacktgefügt an den Baum fließt. Die Produktion unterstütze ich schon mal nicht. Wir müssen ja auch mal filmen unterdessen, dann wird das schon. Da ändere ich ganz schnell meine Meinung, oder wie? Jaja, dann läuft's schon. Geht wie geflutscht, ja. Ey, was ist los, heute Schepieler? Heute ist echt, heute ist der größte Tiefpunkt, Alter. Der Tiefpunkt ist immer noch ein Namenspiel lang. Dein Vater tut mir leid. Ja, er hat sich hinter sich, ne? Zumal du musst dann irgendwie, irgendwie 20 Stunden vorher so eine Art Gesöff trinken, ja, wo du dann stundenlang auf Glow sitzt. Das ist Abflusshaft. Ich höre ich auch mal, ich heiße weiter. Abflusshaft, ja genau. Nee, nee, ich war, gestern war ich um drei wieder auf Toilette, ne? Und davor war ich eine ganze Woche mit der Kupe so gebrannt nach dem letzten Mal. Kacken, ey. Oh, als hätte mir da einer mit Chibi rumgespielt, ey. Alter. Wir sind doch ziemlich behindert im Kopf, oder? Nein. Nein, sind wir nicht? Doch. Sag mal, warum ist mein Team so schlecht? Kann man jetzt mal einer sagen, Alter? Der Kontrolleur ist hinten, der Oto. Toll, da war Tatsache einer, du Arsch. Ja, der hieß bestimmt der Kontrolleur. Der Kontrolleur. Ja, ja. Hä? Was ist denn jetzt? Bum, 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 bum. Baa, die, dum, bum, 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 bum. Damals Falko eigentlich Ost- oder West-Band? Andere Frage, beim Zocken zu schwitzen ist, beim Zocken zu schwitzen ist was normales, oder? Ja, besonders am Arsch. Heiße Sache. Der schwitzt nicht am Arsch, der schwitzt im Arsch. An manchen Tagen denke ich mir so, wenn ich skype, ich bin am Arsch. Dann denke ich mir so, ja, ich gehe zurück zu Toni. Ach, hör auf, Alter, das ist so ein Bastard geworden. Warum? Der ist übel, ist eingebildet und... sagst du Player Boy? Nee, schlimmer. Kollege? Der ist fett geworden. Och, fette Sau, komm, lass den mal besuchen, ist fettig wieder. Ja, Toni. Fetter Italiener macht mehr nur, denn er ist dünner Italiener, ne? Hm. Das ist ein kleiner Dome. Ja, Toni, ey, das ist so eine Sache. Vor allem gibt es hier sogar echt noch Videos. Macaroni, Papa-Toni, lalalala. Kannst du bald Macaroni denn hier? Ja, wenn der mal breiter wird. Hast du okay, Mitch? Luft braucht man zum Atmen, stell dir vor. Die Kette meines Lebens. Luft braucht man zum Atmen, nicht davon. Sonst würde ich in meinem Zimmer mit so einem Glas mit Strom halten. Boah, ich suche jetzt hier einfach die komischste Sprache raus, die es bei YouTube gibt und stelle die mir ein. Was? Ja, das sieht doch toll aus. Das ist ja auch manchmal. Kennt ihr diese komische Sprache, die voll krakelig aussieht? Japanisch? Ne, ne, nicht japanisch. So kurdisch, oder wie das heißt. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier deutsch da? Jetzt ist er wieder abgespritzt hier an seinen Lüfter, ey. Jetzt ist das ganze Zimmer wieder. Ich muss unbedingt mal mein PC irgendwie zeigen, als Video oder so. Muss ich unbedingt mal machen. Wir reden jetzt von deinem Penis, ne? Was? Echt? Nein, das tue ich nicht. Voll, das ging kein Alltag. Stell dir vor. Hä? Trotzdem, wo ist da der Gegenteil? Warum sollte der PC ne, ne, doch. Das Gegenteil vom Hä? Du sagst, das werde ich nicht tun. Ich sag dir doch heute das Gegenteiltag. Also wirst du es tun. Ach, du hast das auf Bez... So. Ja, du hast das Gegenteiltag eh wieder vorbei, weil Mitchell davon Wind bekommen hat. Ist Tony noch auf YouTube? Wie heißt es dann? Weiß ich nicht. Ich geb mal Makatoni ein. Makatoni mit Doppelvisor. Ja, ich... Also Tony... Also meine Aussage hat er aufgehört mit YouTube. Ach. Ja, ist besser so, Alter. Den braucht kein Mensch. Für seine Psyche, oder was? Macht ihr überhaupt was anderes, außer vorm PC sitzen und Nudeln essen? Diese Bastardgranate, Alter. Hatte der nicht meine Freundin? Ja. Ja, ja, klar. Die ist Jacqueline, oder so. Ich weiß es gerade nicht. Jacqueline. Ja, ja, doch. Jacqueline. 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 Ja, mit der habe ich schon mal... Ja, ich habe mit der schon mal... Ich habe... Ich hatte mit der sogar... Ich hatte mit der auch schon mal geskypt, so, aber... Ach, Mitch ist wie Pinocchio. Wenn er was geiles sieht, wird er hart. Was, Alter? Du brauchst nicht, den noch Plan zu haben. Du hast ihn. Du bist so, dass du ein kleiner Mongo, Alter. Ich bin kein Mongo. Ich bin kein Ausländer. Ja. Ja, instant darauf kommt, dass Bogus Ausländer sein. Gar nicht. Ich habe einen Platz fürs Lager gefunden. Ja, siehste. Bau mal auf deinen Dildo. Mach mal schon mal Batterien für mich rein. Ich komme auch gleich, ne. Die Dinge machen alle gegeneidig am Lagerfeuer. Ey. Was ist los mit uns, ey? Was ist einfach nur... Hast du ein Problem damit, wenn ich dir Holzkloppen hinten reinschiebe? Ja, habe ich. Durchaus. Wenn Blutkorn ist, kannst du es da weg. Am schlimmsten ist es, wenn ich nichts davon weiß. Du stehst also. Glaub mal, ich setze nur auf Opium. Opium, Alter. Uran. Opium fürs Volk. Dann habe ich auch mal vor, Mitchell Ecstasy und das Essen zum Mischen und gucken, wie er drauf ist. Äh, ich muss mir umdenken. Ama 3 kauft. Altes Live ist der geilste Scheiß jetzt. Ja, aber ich bin dabei. Oh, da feier ich ja so. Was ist denn los, Herr Officer? Ach so. Jetzt zu der Story, wie Gurke in Toni wiedergefunden hat. Hm, sag mal. Toni hat sich nicht bei uns gemeldet oder so. Nein. Gurke war in Ama 3, Altes Live. Auf einmal hört er so von hinten so eine Stimme. Ey, du bist das Gurgsch, mit dem ich immer Daisy gespielt habe damals. Dreht er sich nur um. Also, hm. Kennen wir uns? Na, ich spiel's doch, Toni. Spätestens dann hätte ich mich ausgelockt. Das heißt, steht, 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 steht Gurke sofort Toni. Zack, weg ist Gurke, Alter. Na, vor allem gab es noch so ein Polizist. Gibt's hier ein Problem? Da hätte ich gesagt, ja, der belästigt mich. Sperr sich mal ein. Ich glaube, ich hol mir Ama 3, auch nur deswegen, Alter. Altes Live ist richtig geil. Hast du gesehen vom Moontail Mitchell? Nee, noch nicht. Musst du dir mal hinziehen, Alter. Das ist das Beste, was geht. Ich freue mich immer noch. Ich war bei dem Stream dabei, als er das aufgenommen hat. Dabei sein ist alles, ne? Ja. Mitmachen noch mehr. Dann kettowier ich mir auch am Arsch. Darmspiegelung 2013. Ich war dabei. Das war ja ne Darmspiegelung. Lass das mal machen, Mitchell. Wenn du ne Wette verlierst, ne? Darmspiegelung. Zack, zack. Du bist schön, dass man das erst mit 55 machen muss. Oder machen lassen sollte. Ja, sagst du, du hast den Schlüssel verschluckt. Dann muss ich auch mit. Aua. Nicht Aua. Dann sag ich mal so, das machen wir mal irgendwann. Weißt du, wenn du hier bist. Alter, stell dir mal vor, der hängt dann so fest, so seitwärts. Und dann geht der nicht raus. Oh, reißt da alles auf. Läuft das bei der Darmspiegelung eigentlich? Wird der da Wasser im Arsch gepumpt und wieder raus? Das ist, glaube ich, unter Vollnarkose. Also, du kannst es unter Vollnarkose machen. Es gibt aber auch Menschen, die wollen das sehen, was die da machen. Das heißt ja, da ist Spülung. Sie wollen sehen, was die da ausschein. Weiß ich nicht, was sie da rausholen. Ah, Darmspülung selber machen. Form Analsex. Was? Ach, brauchst du Koffer, Koffer. Dann verstehe ich sowas auch gar nicht. Mitchell, wir brauchen Salinenbeck. Die schiebe ich dir da hinten im Arsch rein. Und dann kommt die ganze Scheiße da rein. Alter, jetzt übertreibt mal bitte nicht. Rektale Darm. Ach mir doch gar nicht. Nein. Nein, nein. Wir sind ganz normal wie jeden Tag. Jeder Tag, heute ist, heute ist besonders schlimm. Wir brauchen für Mitchell ein Darmrohr. Was? Oder ein Ballon-Darmrohr. Für was? Irrigato mit zwei Liter und Y-Schlauchstück. Hier sind wir spiele Set. Zum Beispiel Rektor-Beg. Was? Wie böse. Ja, ja, böse ist das erst, wenn man so reinkommt. Es klingt böse. Pflege-Wiki, ja, alles rund ums Pflegen. Hauptsache, ich lege mir ein Einlauf, ey. Hör mir auf. Karate, Andi, ist wieder tot. Wer? Karate, Andi. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Der Name ist so gut. Karate, Andi. Das hört sich ja fast so assi an wie Tony, Alter. Karate, Tony. Der Nudeltoni. Ja, Makatoni. Makaroni, Makatoni, lalalala. Lalalalala. Das war doch russisch, ne? Lalala, lalalala, lala, 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 lala. Ne, wie ging's leider, ja, so, ne? Scheiße. Hab aber das immer gemacht bei Dom. Domenico, lalalala, lala, lala, lala. Das war ein Mitchell. Hab's mal auf, wenn ihr eine Ente zu machen, Alter? Ente, ente, ente. Lala, 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 lala. Mitchell? Den Gefallen musst du mir tun. Oh nein. Du musst Holz mitbringen. Soji will sich ein Holzdildo schnitzen. Ne, ein Holzhaus. Ne, ein Dildo erst mal. Wir müssen ja klein anfangen. Die kleinen Dinge zählen auch, Soji, ja. Ah! Was war das denn grad? Ja, wir hören, du hast wieder eine Geschichte aus deinem Leben. Na, jetzt ist er verstummt. Aber warum? Warum? Weiß nicht. Nur scheiße am Ausfressen, der Typ. Wer denn? Jetzt sind wir wieder mit dem Adam-Spiel. Scheiße ausfressen. Fahr mit deinem Zunge durch ein Rohr, da. Mitchell? Trust me. Trust me, I have a Holzdildo. Trust me, I'm a... Ich weiß nicht, wie wir das machen. Wenn ich die rendere, auf was muss ich die rendern und was und... Ja, 720p! 720p? Jetzt sag mir nicht, dass du keinen Plan hast, Alter. Was ist das? Ich hab keinen Bock, das jedem einzeln zu erklären. Das ist so eine Insider-Droge. Das hier ist... Das endet nicht gut, Mitchell. Ich glaub, das mach ich mal. Ich füll meine Oma... Nee, Alter, ist so. Lass mal, ich renne da Mainz einfach durch und ende. Ey, das dauert... Ja, das dauert eh Jahre nachher, bis du das irgendwo hochgeladen hast, bis ich mir dann gezogen hab, bis ich da Mainz rennen kann, bis ich jetzt einfach alles geschnitten hab. Aber das dauert doch alles vier Jahre. Schiff, schiff, schiff. Ah, bitte, kommst du jetzt bitte, bitte, bitte. Der Sieh, nein. Alter. Ja. Ich hab nen Wunsch frei. Nein. Doch. Nein. Doch. Der wär mir neu. Ich wurde ansonsten von meiner Freundin verlassen. Da hab ich nen Wunsch frei. Ja, dafür kann ich doch nichts. Ja, du musst es aber wieder gut machen. Dafür bist du ja da. Ich darf wieder... Warum soll ich es wieder gut machen, wenn ich's... Wenn ich's nicht war? Das ist ja mal eine Freundschaft. Jetzt weißt du auch, was für ein Geschäft du dich da eingelassen hast. Ich weiß, dass man das so nennt, aber jetzt gerade nicht. Aber ohne Scheiß, Soji. Ich respekt, dass du es so gut wegsteckst. Keine Ahnung. Ja, aber doch, weil... Waren wir nicht schon alle mal an dem Punkt, an dem wir alle einen wegstecken wollten, und Mütze kamen dazwischen und sagten, Ah, freut nicht. Mein Arsch bleibt so. Ah, Leute. Hallo, Alter. Warum ziehst du mich überall mit rein? Ich weiß ja nicht, aber keine Ahnung. Ja. Ich glaub, ein Wegstecken wird überbewertet. Wir stecken alle Mütze vielleicht weg. Nee, es ist nicht so, wie man es sich immer vorstellt, Leute. Das muss ich jetzt erst mal von vornherein sagen. Uuuuh, jetzt kommt die Erfahrung, ja. Nee, es ist so, also die erste Erfahrung, keine Ahnung, es ist irgendwie... Aber das ist doch, guck mal, wenn du das erste Mal verlassen wirst von deiner Freundin, dann, das ist ja generell härter, ne, als dann, als alle anderen Male. Das erste Mal ist schlimmer als die nächsten Male, so. Fangen wir, fangen wir gerade an, Niveau zu gewinnen? Ja, scheiße. Ne, ich wollte euch gerade, ich wollte euch gerade vom ersten Mal wegstecken erzählen, ne, und ihr lauert mich dazu. Ja, okay. Ja, dann mach mal, los, fang an hier, bevor ich hier noch wegstecke. Also, wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht so, wie man es sich vorstellt und keine Ahnung. Ähm, da muss man sich so anstrengen. Ja, ich, nicht, wenn die Frau oben liegt, also, komm mir auf. Naja, was, welche Position willst du da nehmen, manche gehen auch nur schlecht. Naja, ich sag mal so, ich bleib liegen, die Frau darf sich beglücken, so. Naja, das ist Reiter. Ja, ja, sie darf mich, also manchmal will ich sie auch reiten, aber dann... Was gibt's denn noch? 69, Doggy, Doggy, Doggy ist gut. Missionarstellung. Äh, Doggy ist das beste. Ja. Oh, Steam ist down. Geil. Naja, von hinten heißt er nicht hinten. Ja, ja, weiß ich.